Jetzt muss ich also ernsthaft den Stein wiederholen dafür oder so? Ich glaube, dafür benötigt man eine Art Schläge. Geht ja schon wieder gut los. Inventar ist völlig leer. In den Eimer komme ich nicht ran. Können wir vielleicht Spot dagegen hauen. Hey Spot, hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Hätte mich auch gewundert. Kann ich den Schlachtplan eigentlich mitnehmen? Ich habe nur angeguckt. Ich glaube nicht, dass ich die Askil auf diese Weise von ihrem Vorhaben abbringen kann. Warum eigentlich nicht? Kann ich die Kerzenhalter irgendwie mitnehmen? Nein, die sind nur dafür da, um mich einzuschüchtern. Und ich darf hinzufügen, sie machen das ganz gut. Kerzenhalter, Schlachtplan, Steinscheiben. Dein Eimer, an den ich erstmal nicht rankomme. Spot, können wir dich irgendwie hoch in den Eimer werfen oder so? Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht nicht. Naja. Offensichtlich. Was ist denn hier los? Oh oh. Hey, aufwachen! Oh oh. Niedlich. Was ist passiert? Wer hat dir das angetan? Niemand. Ein Eindringling? In meinem Hauptquartier? Na warte. Wer fragt es? Ich? Na, wen haben wir denn da? Einen kleinen Schnüffler. Ein was? Ein Schnüffler? Nein, nein, nein. Mein Name ist Sedgwick. Ich bin nur ein Clown. Ein harmloser, kleiner Clown. Weiter nichts. Ist dir klar, wo du dich befindest, kleiner Clown? Ich, ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Falsch abgebogen. In der Tat. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Sedgwick. Die schlechte Nachricht ist, du hast einen sehr, sehr dummen Fehler begangen. Oh, und die gute? Die gute Nachricht ist, es war dein letzter Fehler. Gordy! Was ist? Was? Bring diesen Eindringling in die Zelle. Ich will mir in Ruhe überlegen, auf welche Weise ich ihn für seine Dummheit bestrafen werde. Hahahaha! Woher hat da jetzt Sedgwick den Namen gewusst? Oh je, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ach Quatsch, das ist doch prima. Klimpert es irgendwo? Schlüsselloch, Zellentür, Essensluke? Hm. Hm. Kann man da rausgucken? Durch das Gitter kann ich eine Art Schlucht erkennen. Diesem Wächter fehlt jede Spur. Aber irgendwo ist doch... Geklimper, ich höre doch Geklimper. Vielleicht im Heuhaufen. Draußen scheint es mittlerweile hell zu sein. Okay. Kann man die Zellentür einfach aufmachen? Ich habe genug Selbstachtung, um nicht am Gitter zu rütteln. Schade eigentlich. Wie ist das mit der Luke? Das bringt nichts. Ich bekomme nicht einmal die ganze Hand durch. Okay, und Schlüsselloch? Aha. Da steckt ein Schlüssel von der anderen Seite im Schlüsselloch. Okay, da müssen wir also was durchschieben und den Schlüssel dann rausdrücken. Das kennt man ja. So, Heuhaufen. Ha, hier drin etwas Nützliches zu finden, wäre buchstäblich wie die Nadel im... Hey, Moment mal. Da war ja tatsächlich eine Nadel in diesem Heuhaufen. Irgendjemand da oben macht sich über mich lustig. Ja, wie könnte das denn gewesen sein? So. Jetzt brauchen wir nur noch was, was man unten durchschieben kann. Das Bot haben wir offensichtlich gerade nicht bei uns, ne? Wie ist denn das mit dem Schacht hier? Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Hm. Nein. Dieses Gitter hält, was es verspricht. Keine Möglichkeit zur Flucht. Ha. So, jetzt probieren wir das mal mit der Nadel und dem Schlüsselloch. Ja. Hiermit sollte ich den Schlüssel aus dem Schlüsselloch schieben können. Wenn meine ungeschickten Wurstfinger mir nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Tja, ich wusste es. Ich bekomme die Nadel nicht weit genug in das Schloss rein. Ich bräuchte eine Art Verlängerung. Bitte. Jetzt müssen wir echt... Ach. Ist da noch was im Heuhaufen? Mehr als diese Nadel ist da wohl nicht zu holen. Höchstens noch Läuse. Hm, Läuse sind doch auch gut, oder? Äh. Okay. So hungrig bin ich dann doch noch nicht. Okay. Kann ich irgendwie mal rausrufen vielleicht? Hey, hallo. Was ist denn da drin los? Was willst du, du Narr? Was gibt es denn nun schon wieder? Äh, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Du willst etwas zu essen? Loni, hier hast du etwas. Was? Was? Was genau ist das? Doch nicht etwa. Spot? Fies. Nein. Kecker. Das sind die Reste der Schimmelsuppe. Der Boss wollte sie nicht mehr. Das hier wollte er nicht essen? Er ist offenbar ein echter Gourmet, hä? Du hast keine Vorstellung. Es ist das dritte Mal in dieser Woche, dass er die Hinrichtung eines Kochs angeatmet hat. Oh weia. Äh, ich will mich beim Koch beschweren. Ich will mich beim Koch beschweren. Das steht dir wohl kaum zu. Außerdem ist der Koch im Augenblick nicht auffindbar. Nicht auffindbar? Er hat den Boss verärgert. Ja. Oh boh. Und nun versteckt er sich. Eigentlich sollte ich nach ihm suchen. Ein gewisser Gefangener will einfach nicht aufhören, Rabatt zu machen. Wen meint er denn damit? Ich will mit eurem Anführer reden. Du willst wirklich mit dem Boss reden? Mit dem großen Luko? Ja. Ja, das will ich. Ja, aber nicht mit dir. Lass mich raus. Lass mich raus. Ein kühner Wunsch. Was sollte mich denn dazu bewegen, etwas so törichtes zu tun wie das? Ähm. Es ist ein Fehler, mich hier festzuhalten. Ich muss den Weltuntergang abwenden. Ja, echt. Es wurde mir prophezeit. Ich weiß ja selbst, dass es verrückt klingt. Und unwahrscheinlich. Und erfunden. Weil es sich auch unmöglich beweisen lässt. Und dass es für dich deshalb auch kein Anlass ist, mich hier rauszuholen. Was für ein Gespräch. So. Ich muss mal. Und weiter? Vielleicht willst du mich jetzt irgendwo hinbringen? Auf so eine Art Askyl-Klo? Ein Pissoir? Was weiß ich? Wozu denkst du wohl, dass dieser Schacht in deiner Zelle ist? Ich geht. Hm. Ich bin unschuldig. Ja. Die Unschuldigen schmecken immer am besten. So zart. Hm. Ich könnte doch bei euch mitmachen. Oh, du machst doch bereits bei uns mit. Ich. Ach ja? Mach ich das? Ja. Ich meine, als was denn? Denk scharf nach. Wozu könnten wir Askyl einen Clown gebrauchen? Äh, ich geb auf. Ich komm nicht drauf. Kennst du das Sprichwort? Einen Clown gefrüchtert haben. Wir haben ein ganz ähnliches Sprichwort. Ja. Aber es bedeutet etwas anderes. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Lass mich ruhig hier drin verrecken. Das hatten wir auch vor. Ja. Sehr interessante Gesellen, möchte ich sagen. Ich habe ein paar Fragen. Von mir aus? Aber fasst dich kurz. So. Seid ihr die Askyl? Du hast es erraten. Was habt ihr mit Spot gemacht? Boss Luko hat ihn in einen Käfig gesteckt. Morgen kommt er in die Suppe. Oh, weia. Aber Raupen schmecken gar nicht. Ihr Askyl ist nicht nur aus Hunger. Wir laben uns auch an Verzweiflung und an purem Hass. Das klingt nach einem von Opas Rezepten. Wer war vor mir in dieser Zelle? Er war ein kleines Körrchen, unser letzter Gast. Oh, oh. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Oh, den haben wir ja immer noch, fällt mir ein. Sehr, sehr aufgebracht. Okay. Luko sucht nach dem Flüsterstein? Was weiß der Clown über den Flüsterstein? Oh, ich weiß nichts darüber. Es klang nur noch einer spannenden Geschichte. Du kannst sie mir ja ein andermal erzählen. Oh, oh. Keine weiteren Fragen. Warum heißen die eigentlich Askyl? Die müssen auch nur Skyl heißen. Du kannst ruhig nach dem Koch suchen gehen. Ich mache auch keine Ärger mehr. Du verhältst dich ruhig? Versprochen. Du gibst auch nur einen einzigen Mucks von dir, solange ich fort bin. Mucks. So, schauen wir uns mal das Tablett an. Ich kenne, dagegen ist Opa ja ein echter Fünf-Sterne-Koch. Das, äh, Mahlzeit. Na, komm. Hier, Mahlzeit. Bäh, nein. Da verhungere ich lieber. Oder lass mich von glühenden Eisen zu Tode foltern. Egal. Hm. Schwierige Entscheidung. So, nach was sieht denn das aus, das Tablett? Tablett mit Essen und ein Holzlöffel. Kann ich das damit verlängern? Wenn ich die Nadel hier reinstecke, dann habe ich ein unförmiges Gebilde, halb Nadel, halb Löffel. Naja, besser als nichts. Ein Löffel? So, wenn ich jetzt das Tablett mit Essen da unten rein stelle in die Essensluke... Hey, hallo! Nein. Hm, von diesem Wächter fehlt jede Spur. Jetzt habe ich gedacht, ich stelle das rein, dann fällt der Schlüssel in das Essen und ich kann das Essen wieder rausziehen. Aber scheinbar funktioniert das doch einfach so. Ich könnte versuchen, den Schlüssel hiermit aus dem Schlüsselloch zu befreien. Aber dann würde er nur auf der anderen Seite runterfallen und ich würde ihn nie wiedersehen. Ja, deswegen... Der Gedanke mit dem Tablett und der Essensluke. Hey, hallo! Du Vollpfosten! Hm, von diesem Wächter fehlt jede Spur. Das Tablett muss doch perfekt durchpassen. Kann ich da hier irgendwas arrangieren? Das würde es zwar nicht schlimmer machen, aber auch nicht gerade leckerer. Hm. Kann ich das Heu irgendwie durch die Luke stecken? Ich sehe nicht, wie mir das weiterhelfen würde. Naja, du... Bla, 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 bla. Kann ich das Essen raushauen? Weg damit! So. Klebriges Tablett. Noch viel besser geht es eigentlich nicht. Trotzdem, den Schritt, den kann man sich eigentlich fast sparen. So, Holzlöffel, ein Nöffel, Nöffel, Schlüsselloch. Hiermit sollte ich den Schlüssel aus dem Schlüsselloch schieben können. Wenn meine ungeschickten Wurstfinger mir nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Das wird schon, das wird schon. Na nun, ich habe es geschafft. Ich sollte diesen Triumph genießen, solange ich noch kann. Ich werde ja bestimmt sowieso bald wieder geschnappt. Ich frage mich echt, warum das gerade so gut läuft hier. Tablett nehmen. So. Tablett mit Schlüssel. Schlüssel. Kann ich den Schlüssel... Geht der irgendwie ab, oder muss ich da jetzt... So bekomme ich die Tür nicht auf. Der Schlüssel ist gnadenlos am Tablett festgeklebt. Wäre ja auch zu schön, wenn mal etwas auf Anhieb klappen würde. Hm. Hier tropft Wasser runter. Kann ich das da irgendwie zum Entfernen benutzen? Nee. Hä. Das ist irgendwie abbreiten. Ich sollte mich lieber darauf konzentrieren, den Schlüssel da runter zu bekommen. Das war mein Gedanke. Runter... Nöffeln. Damit sollte ich den Schlüssel losbekommen. Ich geht jetzt, sind meine Hände klebrig. Alter Jammerlappen. Der Wächter scheint gerade nicht in der Nähe zu sein. Na gut. Schlimmer kann es ja ohnehin kaum noch kommen. Wobei ich das schon häufiger dachte. So. Schauen wir mal raus. Ja, wie gesagt. Bin ein bisschen verwundert, dass das jetzt so gut klappt. Also ich habe mir am Anfang ja extrem schwer getan mit den Rätseln hier. Aber so langsam... So langsam verstehe ich, auf was es ankommt. Und äh... Sagt er ja und dann hängt er bestimmt gleich wieder fest. Gucken wir mal. Ein Schaleifstein. Mit oder ohne Affe drauf. Mit oder ohne Affe drauf.